Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Corona-Virus und Geldanlage in 2020. Was du jetzt spätestens jetzt wissen und tun solltest, um dein Geld noch zu retten, um dein Geld noch zu schützen, kommt eventuell jetzt der Crash in 2020, vor dem schon jahrelang viele Ökonomen und viele Fachleute gewarnt haben. Was hat Corona mit der Krise zu tun? Lass dich nicht beirren, lass dich nicht beeinflussen. Es ist relativ wenig, wahrscheinlich nur, dass alles viel, viel schneller abläuft, als es sowieso gekommen wäre. Damit du Hintergründe hast, damit du Anlageentscheidungen tätigen kannst, jetzt schnellstmöglich, weil keiner von uns weiß, wie groß ist noch das Zeitfenster, dass du wirklich dein Geld, dein Vermögen retten kannst. Übernimm bitte jetzt die Verantwortung für deine Finanzen, für das Heiligste gleich nach deiner Gesundheit, für das wichtigste Gut überhaupt, damit du auch in Zukunft gut aufgestellt bist und nachts wieder schlafen kannst und dir keine Sorgen mehr machen musst. Erfahre hier, wie ist es zu dieser Situation gekommen, was sind die Hintergründe, wie wird es eventuell weitergehen und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, wie kannst du dein Geld retten? Ist es besser aufgehoben in Geld werden oder eher doch in Sachwerden? Sei gespannt. Viel Erfolg, schau es dir an und bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ja, fangen wir gleich an. In diesem Teil geht es nun, das ist der zweite Teil von Coronavirus und Geldanlage, was du jetzt wissen musst, um Geld richtig anzulegen in 2020 und wie hoch ist die Crash-Gefahr in 2020. Im ersten Teil haben wir bereits gesehen, den aktuellen Finanzmarkt und wie es dazu kam, also die Finanzen auch schon vor Corona, dass wir schon sehr, sehr große Probleme hatten, Staatsschulden und so weiter. Wir haben uns die Geldwertanlagen angeschaut und die Sachwertanlagen, was sind überhaupt die Unterschiede, warum macht es Sinn aus dem Bereich Lebensversicherung, Bausparen, Sparbuch, Tagesgeld etc. Ja, zumindest sich intensiv Gedanken zu machen, auf den Prüfstand das Ganze zu stellen und in sinnvollere Anlagen wie zum Beispiel in Sachwertanlagen reinzugehen. Weil wir haben auch den Vergleich gemacht, was passiert bei einem Crash, was passiert mit deinen Geldwertanlagen, wie haben die sich auch so entwickelt. Wenn du das nochmal anschauen möchtest, dir die Hintergrundinformation nochmal holen möchtest, dann schau dir den ersten Teil nochmal an und den Link findest du unter diesem Video. Jetzt geht es hier im dritten Punkt um das aktuelle Geldvermögen privater Haushalte in Deutschland und warum über 70% dieses Geldes falsch angelegt sind. Dafür war eben diese Hintergrundinformation aus Teil 1, damit du das auch besser nachvollziehen kannst. Und als vierter Punkt ist natürlich als Abschluss, was tun, was ist sinnvoll, wie rettest du dein Geld, wie rettest du deine Finanzen, wie stellst du dich langfristig, egal in welcher Situation, immer so auf, dass du in Ruhe schlafen kannst, dass du dir keine Gedanken machen musst, kommt ein Crash, kommt kein Crash, kommt eine Währungsunion, kommt keine, weil früher oder später, das hatten wir ja auch schon gesehen, jede Währung wird sich irgendwann in Luft auflösen und es kommt eine neue. Also, sei gespannt, schau es dir in Ruhe an. Das aktuelle Geldvermögen in privater Haushalte in Deutschland und wo, beziehungsweise wie legen die meisten Deutschen ihr sauer Erspartes an? Du siehst es hier schon, 5,7 Billionen Euro Privatvermögen haben die privaten Haushalte in Deutschland. Das ist erstmal eine enorme Zahl. Schauen wir uns überhaupt erstmal an, was eine Billion bedeutet, weil die wenigstens, glaube ich, haben tagtäglich mit solchen großen Summen, mit so großen Zahlen zu tun. Eine Billion ist eine Eins mit zwölf Nullen, also eine Billion sind anders ausgedrückt tausend Milliarden oder eine Million Millionen. Nur, dass du das mal gehört hast, damit du ungefähr einen Überblick hast, was das überhaupt bedeutet, eine Billion. Also, 5,7 Billionen Euro Privatvermögen oder anders ausgedrückt 5.732 Milliarden Euro. Und jetzt siehst du oben rechts mit schwarzem Hintergrund rot eingegrenzt 2.243 Milliarden Euro sind in Bargeld und Einlagen und auf der linken Seite 1.771 Milliarden in Versicherungsguthaben. Das heißt, dass über 70 Prozent oder in diesem Fall genau 70 Prozent des privaten Geldvermögens in Geldwerte investiert sind. Und du hast ja nun Hintergrundinformationen, was mit diesen passiert, dass das nicht unbedingt die sichersten und nicht unbedingt die rentabelsten Geldanlagen sind. Und im Fall eines Crashes, ja, dieses Geld zum Großteil verloren geht. Jetzt kannst du sagen, okay, die Folie ist aus dem Jahr 2016. Schauen wir uns einfach mal aktuellere Zahlen an. Nämlich die letzte, Entschuldigung, die letzte Statistik dazu aus dem Jahr 2018. Und hier siehst du, es sind 6,2 Billionen, also 6.200 Milliarden Euro. Das heißt, plus 468 Milliarden Vermögen dazugekommen in deutschen privaten Haushalten innerhalb von zwei Jahren. Also wir sind ganz, ganz eifrige, ganz, ganz fleißige Sparer, wir Deutschen, aber leider in die falschen Anlagen. Und wenn wir uns jetzt das Bargeld nochmal anschauen, da sind es von 2016 bis heute nochmal 252 Milliarden dazugekommen und in dem Versicherungsbereich nochmal 136 Milliarden Euro dazu. Das heißt, wir haben überhaupt nichts gelernt. Wir machen unsere Fehler der Vergangenheit, führen wir weiterhin fort. Und wir haben nicht mehr 70 Prozent falsch angelegt, sondern schon 71 Prozent unseres Geldes. Und das heißt, die Deutschen legen ihr Geld genau da an, wo es am unsichersten, am unrentabelsten ist und wo es am wenigsten bringt. Ja, die Frage ist, warum machen wir das? Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ein Punkt ist vielleicht, wissen das die wenigsten, weil keiner von uns lernt in der Schule, wie gehe ich mit meinem Geld richtig um, wie plane ich das Ganze, wie lege ich das Ganze an, wie streue ich es und so weiter. Risikomanagement. Kaum einer weiß es, kaum einer lernt es. Und deswegen wird meistens das gemacht, was der Banker, der Versicherungsberater oder sonst wer zu dir macht. Oder vielleicht die Eltern und Großeltern, weil die schon jahrelang in Lebensversicherung, in Bausparen gespart haben und das in der Vergangenheit vielleicht sogar auch relativ gut lief, machen das einfach die Kinder und die Enkel weiter. Aber das ist auf keinen Fall der richtige Weg. Ich möchte dir hier Tipps geben an die Hand. Ich möchte dich wachrütteln. Noch einmal, keiner weiß, wie lange das Zeitfenster noch offen ist, wo du aus deinen Geldwerten aussteigen kannst, zumindest einen Großteil davon umschichten kannst in wesentlich rentablerer und absicherernde Anlagen für dein Geld. Viele wissen es, dass es 5 vor 12 ist, weil über Jahre gibt es ja diese Ökonomen und auch diese Warner, die sagen, der Euro crasht, es kommt eine Währungsreform. Aber trotzdem interessiert das die allermeisten leider nicht. Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, wie der aktuelle Finanzmarkt aussieht. Ich möchte nicht mehr alles vorlesen, das hattest du im ersten Teil schon, aber die enormen Staatsverschuldung. Die Schuldenkrise von 2008 war noch lange nicht beendet, auch vor Corona nicht. Wie gesagt, Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der 4. Nein, der 6. April heute. Wir stecken mitten in dieser Ausgangsbeschränkung von Corona. Das heißt, viele von uns können nicht mehr arbeiten gehen. Viele von uns sind zu Hause in Klammer eingesperrt, wissen nicht, wie geht es hinterher weiter. Und meine feste Überzeugung ist, Corona hat, wenn jetzt eine Krise kommt, eine Rezession, eine große Inflation, mit der ich auf jeden Fall rechne, dann hat das nicht sehr viel mit Corona zu tun, sondern die Probleme waren alle vorher schon da. Die einzige Auswirkung von Corona, es wird jetzt wahrscheinlich alles noch viel, viel schneller gehen. Und ja, schauen wir mal. Deswegen unbedingt deine Anlagen prüfen. Die EZB, die Europäische Zentralbank, hat in der Vergangenheit schon immer wieder Geld gedruckt ohne Ende. Und das wird jetzt auch weitergehen. Wir haben auf jeden Fall eine noch größere Inflationsgefahr als vor Corona. Und Strafzinsen, Negativzinsen, auch verspartes, gab es auch schon vorher. Die werden wahrscheinlich noch steigen. Ja, wie dein Vertrauensverlust oder wie dein Vertrauen in die Politik ist. Das musst du dir selber beantworten. Aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr große Risiken, geopolitische Risiken und so weiter. Keiner weiß, wie lange Corona noch geht und was danach kommt. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, es ist sicherer, wenn du so wenig wie möglich in Lebensversicherungen, in Bausparverträgen und in Tagesgeldern und so weiter in Geldwerten hast. Fakt ist, die Bürger in Deutschland investieren im Gegensatz zu anderen Ländern fast ausschließlich nur in Geldwerte und kaum in Sachwerte. Im Falle einer Hyperinflation oder Währungsreform, die ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr so weit weg ist, werden diese Geldanlagen wertlos und das gesamte Vermögen ist damit verloren. Zumindest ein sehr, sehr großer Teil davon. Und die aktuelle Politik, der Crash in Zypern vor ein paar Jahren, Griechenland, die Bankenkrise 2008, die aktuelle Corona-Börsensituation zeigen deutlich, wie schnell das Ganze gehen kann. Im Gegensatz zu Geldwerten besteht bei Sachwerten nicht das Risiko der Entwertung aufgrund einer Inflation oder Währungsumstellung, Negativzinsen oder dergleichen. Natürlich kannst du auch dort eine Wertabschreibung, einen geringen Verlust haben. Keine Frage. Aber es wird in Sachwerten, wenn du eine ordentliche Streuung hast, wesentlich mehr deines Vermögens zu retten sein, als wenn du alles oder überwiegend in Geldwerten investiert bist. Und somit macht es absolut Sinn, einen Großteil seines Sparvolumens in Sachwerte zu investieren. Und das möchte ich dir ganz einfach rüberbringen. Handle schnellstmöglich. Wie gesagt, keiner weiß, wie lange wir dazu noch Möglichkeiten haben. Sachwerte sind ganz einfach unabhängig vom Zinsniveau und anderen geldpolitischen Entscheidungen. Selbst im Falle einer hohen Inflation, die sehr wahrscheinlich kommen wird, oder Währungsreform, verlieren Sachwerte ihren Wert nicht. Auch das hatten wir uns im ersten Teil angeschaut. Was passierte in der Vergangenheit? Geldwerte gegenüber Sachwerten. In der Regel sind Sachwerte immer gestiegen. Schau dir Wohnungen, schau dir Häuser an, schau dir Rohstoffe an, schau dir Gold und Silber an und, und, und. Du hast auch in all diesen Bereichen Diamanten und so weiter. Du hast auch in allen diesen Assetplassen, in diesen Bereichen, hast du auch Wertschwankungen. Ganz klar. Aber du bist wesentlich besser aufgestellt, wenn du einen Großteil deines Geldes dahin investierst. Und warum ist das so? Weil im Gegensatz zum Geld sind Sachwerte nur begrenzt verfügbar. Gold beispielsweise, Silber beispielsweise, Technologiemetal, die in der Industrie benötigt werden, sind zwischen 15 bis 20 Jahren einfach nicht mehr abbaubar. Und selbst wenn wir keine Inflation hatten, keine Staatsverschuldung hätten, keine Rezession hätten, keine Währungsreform bekommen würden, wird zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, diese Edelmetalle, Technologiemetalle werden mit Sicherheit langfristig steigen. Ganz klar, das ist das Gesetzangebot und Nachfrage. Weil die Nachfrage wird weiterhin steigen. Die Weltbevölkerung nimmt zu. Und aber diese Metalle sind einfach nicht mehr produzierbar. Also überleg dir das mal von der Seite. Deswegen, zwei Maßeinheiten wird es immer geben, Kilo und Quadratmeter. Ob es den Euro noch in 10, 20, 30, 40 Jahren geben wird, bezweifle ich arg. Die Frage ist nun, wie kannst du mit deinen Geldanlagen den Kampf gegen die ständig steigende Staatsverschuldung, Inflationsgefahr, Negativzinsen und so weiter gewinnen? Ich möchte dir eine Lösung anbieten, eine Lösung für deine Zukunftssicherung, wie du dein Vermögen, dein Geld retten kannst. Und dazu schauen wir uns einfach mal an, wie machen es zum Beispiel die Zentralbanken, wie sichern die sich ab? Vielleicht hast du es auch schon gehört, vielleicht hast du es schon gelesen, aber vielleicht noch nicht so viel vollgenommen. Der Eintritt einer solchen Krise im Zeitverlauf zunimmt, haben die Zentralbanken im vergangenen Jahr das Geldmetall in Rekordhöhe akkumuliert, nachdem bereits das Jahr 2018 ein Rekordjahr darstellte. Das heißt, die haben einfach Gold gekauft. Die Zentralbanken sind aktuell die bedeutendsten Goldinhaber mit einem Anteil von mehr als 33.650 Tonnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Zentralbanken sind aktuell die bedeutendsten Goldinhaber. Da frag dich doch mal bitte, warum machen die das? Seither hat sich das jährliche Kaufvolumen also versechseinhalbfacht. Diese Netto-Nachfrage der Notenbanken entspricht damit aktuell bereits einem Fünftel der gesamten Weltjahresproduktion. Damit sind die Zentralbanken nicht nur die mit Abstand größten Halter des monetären Edelmetalls, sondern in der Netto-Betrachtung auch die größte Käufergruppe. Und spätestens hier, allerspätestens hier mit diesen Informationen solltest du aufgerüttelt sein, solltest du wach sein und solltest dich nicht mehr einlullen lassen von all denen, die sagen, ach, das ist sowieso nichts, da passiert schon nichts. Und nein, mach dir wirklich gesunde Gedanken darüber und frage dich, warum machen die Banken das? Und wie gesagt, spätestens hier solltest du dir die Frage stellen, wie rette ich nun mein Geld, mein Vermögen? Und sehr naheliegend ist es, genau so zu machen, wie das die Zentralbanken machen. Hier einfach mal nochmal als Übersicht, dein finanzielles Vermögen aus dem Papiergeld, aus Lebensversicherungen, aus Sparbüchern, aus Bausparverträgen, Tagesgeldern und so weiter. Du weißt es mittlerweile, was Papiergeld ist, was Geldwerte sind, umzutauschen in materielles Vermögen, in Sachwerte. Egal ob Edelmetalle, Oldtimer, Rohstoffe, Immobilien, Aktien und so weiter. Wenn du Fragen dazu hast, bin ich gerne für dich da. Du kannst aber auch für dich selber entscheiden, was das Richtige, du hast ja jetzt einige Informationen dazu. Ich möchte dir einfach mal eine Frage am Rande stellen. Wenn du die Wahl hättest, die linke Kiste oder die rechte Kiste zu finden in deinem Garten, also eine Kiste mit irgendwelchem Geld, egal ob jetzt Euro, Dollar oder was weiß ich, Pfund und auf der anderen Seite Goldbarren oder Goldmünzen. Was würdest du aus dem Bauch heraus sagen, wenn du das bestimmen könntest, was du findest? Welche würdest du lieber finden? Was glaubst du, welche Antwort ich immer wieder von meinen Kunden bekomme oder von Interessenten bei Beratung? Über, weit über 90% sagen ganz spontan, natürlich möchte ich lieber die Goldschatztruhe finden. Dann frage ich immer, wieso, warum? Das kann dir eigentlich keiner so richtig beantworten, aber irgendwo weiß jeder tief in uns drin, denn Gold ist wesentlich, langfristig gesehen, wesentlich wertvoller, nachhaltiger als irgendwelche Geldscheine. Die Frage ist, wie viel Gold besitzt du bereits? Und es besteht natürlich, du hast ja auch die Möglichkeit, das heißt ja nicht, du musst immer dein Gold haben und da kannst du damit nichts anfangen. Nein, du sollst ja nicht 100% deines Vermögens dort investieren. Außerdem kannst du Gold jederzeit wieder rücktauschen, in Geld. Also nochmal zusammengefasst, die Vorteile von Sachwerten, Schutz gegen Inflation, höhere Erträge und das aller, allerwichtigste, Sachwerte sind reale Werte. Aber Achtung, trotz der Vorteile, der vielen Vorteile von Sachwerten, haben auch Geldanlagen in einer bestimmten Höhe und in einem bestimmten Verhältnis selbstverständlich eine Daseinsberechtigung und machen auch Sinn. Ich möchte nicht dir die Empfehlung geben, all deine Geldwerte, all dein Bargeld, alles zu investieren in Sachwerte. Das würde nicht funktionieren. Du musst ja auch dauerhaft deine Kosten bedienen und so weiter. Das sind aber wieder andere Themen, wo ich in den nächsten Videos mit drauf eingehe. Sondern hier geht es einzig und allein um diese Wahnsinnssumme von über 71% der deutschen Sparvolumens, was in Geld werden ist. Und das ist einfach falsch. Dieses Verhältnis sollte jetzt schnellstmöglich, wirklich schnellstmöglich geändert werden, weil keiner, ich möchte es immer wieder, auch wenn ich es immer wieder wiederhole, Keiner von uns weiß, wie groß ist noch das Zeitfenster, dass du aus nicht sehr sinnvollen oder heute nicht mehr modernen, sage ich einfach mal, modernen Anlagen tätig bist oder drinnen bist. Wie so oft im Leben macht eine gesunde Ausgewogenheit Sinn, das eine tun und das andere nicht lassen. Das möchte ich immer wieder empfehlen, aber hol so viel wie möglich, also halte so wenig wie möglich in Geld werden. Man kann dazu keine pauschale Aussage treffen, wie viel, weil das kommt auch auf deine Kosten drauf an. Das kommt drauf an, brauchst du im Monat 1.000 Euro zum Leben, brauchst du im Monat 9.000 Euro zum Leben und danach schlüsselt sich das Ganze natürlich auch auf. Wenn du gern mehr dazu wissen möchtest für deine individuelle Situation, dann schau dir mein kostenloses Online-Training, die Vermögenssicherungsformel an, die ich extra dafür hergestellt habe oder aufgenommen habe. Und darin geht es um sicheren Vermögensaufbau und Kapitalsicherungsmanagement, was die meisten vernachlässigen. Dort gehe ich viel, viel tiefer drauf ein. Dort können wir auch die Sachen miteinander besprechen oder du nimmst einfach direkt mit mir Kontakt auf. Den Link dazu zum Online-Training findest du hier unter diesem Video. Was wir brauchen, ist ein Sorglos-Paket, wo wir Eigentum schaffen und sichern, nachhaltig sichern das Ganze. Was bewährt und flexibel ist und für jeden Geldbeutel geeignet und natürlich auch schnell und einfach umsetzbar. Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an. Für jeden Geldbeutel geeignet halte ich monatliche Sparpläne beispielsweise. Du bist es gewohnt, in deine Lebensversicherung, in deinem Sparbuch, auf dein Tagesgeld und so weiter, meistens macht man monatliche Sparpläne. Und wenn ich monatliche Sparpläne sinnvoll nutze, egal ob das in einem Aktienfonds ist, in einem Immobilienfonds oder in einem Goldsparplan, alles, was ich monatlich spare, hat sich in der Vergangenheit als langfristige, beste Methode erwiesen. Warum ist das so? Ganz einfach, bei einer Einmalanlage haben wir immer die Gefahr, dass du zu einem Zeitpunkt einkaufst, wo man nicht weiß, bin ich jetzt relativ weit oben, wie lange brauche ich. Es kann ja auch bei allen Sparanlagen, egal was du machst, sind ja immer schwankende, schwankende, wie sagt man, schwankende Tagessätze. Und deswegen ist es so wichtig, einen monatlichen oder vierteljährlichen regelmäßigen Sparbetrag zu investieren, weil niemand kann voraussagen, wann ist der beste Zeitpunkt zum Einsteigen und wann ist der beste Zeitpunkt zum Aussteigen. Das ist dieser sogenannte Cost-Average-Effekt. Mit monatlichen, monatlich ist das Beste, mit monatlichen Sparplänen kaufst du dich mal teuer ein, kaufst du dich mal preiswert ein und im Durchschnitt hast du aber immer eine positive Entwicklung. Ich werde dir dazu gleich mal ein Beispiel aufzeigen. Wir nehmen mal hier ein Beispiel, ich habe es deswegen gewählt, weil viele es gar nicht wissen, dass es sowas gibt, nämlich einen Goldpreis, äh Quatsch, einen Goldsparplan und jetzt kommt das Wichtige, in physisches Gold. Weil ich, wenn ich schon sage Sachwerte, dann möchte ich auch die Sachwerte selber besitzen. Und bei diesem Goldsparplan in physisches Gold kannst du selber entscheiden, möchtest du dieses Gold nach Hause geschickt bekommen oder möchtest du es irgendwo lagern. Ja, das ist dann immer eine sehr individuelle und persönliche Entscheidung, wo was dafür und was dagegen spricht. Aber schauen wir uns einfach mal so einen physischen Goldsparplan an, mit monatlich 100 Euro beispielsweise. Und wenn du dann hier unten schaust, 18 Monate ganz links bis 90 Monate Laufzeit, bei 90 Monaten hast du 9000 Euro eingezahlt, 10.881 Euro sind drin, das wäre eine Entwicklung von 4,97 Prozent. Bei 78 Monaten 6,48 Prozent und so weiter. Und die letzten 18 Monate, klar, das ist natürlich extrem, 23,38 Prozent. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung für einen Sparplan. Besonders, wenn ich das vergleiche, mit den Geldwerten, nämlich Tagesgeld, Sparbuch, Bausparvertrag, Lebensversicherung. Was kam da in dieser Zeit heraus? Bei diesem Goldsparplan muss ich noch mit hinzufügen, das ist ja sogar steuerfrei, das ist bisher noch die einzige oder eine der ganz, ganz wenigen Anlagen, wo ich nach zwölf Monaten Haltedauer einen steuerfreien Gewinn habe. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Natürlich gibt es noch viele, viele weitere Fragen vor einer Investition in Sachwerte. Welche Sachwerte sind für mich geeignet? Aktien selber aussuchen oder lieber Vermögensverwaltung? Einzelaktien oder lieber in Fonds? Regional verteilt oder Rohstoff verteilt oder wie gehe ich davor? Immobilien eigengenutzt oder vermietet oder lieber doch Gewerbeimmobilien, Einmalanlagen oder Sparplan und, und, und. Du siehst schon, es gibt tausende Fragen noch dazu und wenn du irgendwo Fragen dazu hast, schreibe es in den Kommentar, schreibe deine Erfahrungen in den Kommentar oder nimm einfach mit mir gern Kontakt auf. Genauso ist es natürlich bei der Investition in Edelmetalle. Sollte ich lieber in Gold, in Silber, Platin, Palladium oder in Technologiemetalle investieren. Goldbahn oder Goldmünzen, Silberbahn oder Silbermünzen zu Hause lagern oder wo und so weiter. Also das soll hier lediglich um Denkanstöße geben, dass du wirklich für dich einfach mal überlegst, was machst du mit deinen, ja, denke ich mal, viel zu vielen Geldwerten. Ich bin der Meinung, jeder Mensch hat das Recht, Geld zu sparen und dies möglichst so sicher wie möglich zu vermehren. Eine der wichtigsten Aufgaben in der heutigen Finanzmarktsituation sehe ich darin, Vermögen zu schützen und gezielte Vermögenssicherung zu betreiben. Das heißt also, Geld vor der Inflation, Nullzins, Negativzinspolitik zu sichern, Kaufkraft erhalten, legale Steuerfreiheit und Anonymität zu gewährleisten und mit einem hohen Maß an Sicherheit, Flexibilität und Rendite. Und wenn du das alles willst, dann kommst du an den Sachwerten Thema Gold, Edelmetalle nicht dran vorbei, weil das Thema Anonymität ist derzeit auch nur bei den, ja, eigentlich nur bei Gold gewährleistet, weil wenn du Gold einmal gekauft hast, egal ob als Sparplan oder Einmalanlage, bekommst du es nach Hause geliefert, klar kann man nachvollziehen, dass du welches gekauft hast, das ist richtig, aber nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, wer will dir noch nachweisen, dass du es noch hast? Du kannst es verschenkt haben, du kannst es verloren haben, du kannst es verkaben haben, du kannst sonst was damit gemacht haben. Das geht in dieser Form weder mit Aktien noch mit Immobilien noch sonst irgendwas, ist also auch von diesem Punkt her eine äußerst interessante, ja, Entscheidungsfindung mit dazu. Was könnte eine 100%-Lösung für dich sein? Erstens, wenn du verstanden hast, wie wichtig das Thema ist, Geldwerte zu minimieren und in Sachwerte so viel wie möglich umzutauschen, solltest du die Verantwortung für dein Geld, deine Finanzen sofort unbedingt übernehmen und nicht auf Banker, Politiker, Versicherungsberater oder sonst irgendjemanden abschieben, sondern nein, du hast die Verantwortung für dein Geld und du bist auch dafür verantwortlich. Was wird aus deinem Vermögen? Was wird aus deinem Geld? Wie geht es deinen Liebsten in Krisensituationen? Ja, ganz einfach, du hast die Verantwortung dafür. Deswegen informiere dich, prüfe und treffe die richtigen Entscheidungen. Frage dich bitte immer, sind die Banken, die Politiker, die Versicherungsberater und so weiter, sind die wirklich auf deiner Seite oder was wollen die? Alle deine Anlagen schnellstmöglich und äußerst kritisch auf den Prüfstand stellen, ganz, ganz besonders. Ich muss es immer wieder betonen, diese Geldwerte, Sparbücher, Lebensversicherung, Bausparverträge etc. Wir sind jetzt tief genug und lange genug darauf eingegangen, warum, was ist der Nachteil und wenn nicht, dann schau dir es unbedingt nochmal mit an. Und du solltest dann zumindest einen Teil in eine langfristige, krisensichere Strategie umsichern. Dazu hast du nun mehrere Optionen. Du kannst erstens mit mir Kontakt aufnehmen, deine Fragen klären, zweitens dich anmelden zu meinem kostenlosen Online-Training, die Vermögenssicherungsformel zu diesem Thema, wo wir tiefer drauf eingehen oder du kannst auch natürlich alles so lassen, wie es ist und hoffen, damit gut zu fahren und zu denken, naja, das ging ja die ganze Zeit schon gut, irgendwie wird es schon gut gehen. Ganz egal, was du machst, es ist ganz allein deine Entscheidung. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für dich. Wenn du Fragen, Erfahrungen, Meinungen zu diesem Thema hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und egal, was du jetzt machst, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Weiterhin alles erdenklich Gute und viel Erfolg bei deinen Anlagen und bei allem, was du tust. Also mach's gut, bis zum nächsten Video. Wenn dir das Ganze gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, empfehle mich gerne weiter.